so dann geht es jetzt weiter leute wir machen auf der zufahrtsstraße der stadt und gucken wir erstmal ja ok nichts mehr hauptaufgabe festige verteidigungsstellung des gegners durch sprechen ok ja wir holen auf jeden fall ihn ja mit natürlich und dann hier ist 200 mit dann holen wir mit ich dann haben wir dich mit ja natürlich unsere selbstfahrt artillerie machen das scharfschütze geht auch nicht muss man ohne scharfschütze machen wir das gut neue задачa ok besetzen sie die zukunftswege der stadt die basis darf nicht angegriffen werden bis alle art daten wir vernichtet sind ok ja ich würde sagen ja hauen dann mal einfach hier rein so als nächstes hauen wir hier rein denn also als das aus das es er er Untertitelung des ZDF, 2020 BOMBARDIROVSICH GOTOV K VELETU! BOMBARDIROVSICH GOTOV K VELETU! Okay, irgendwas hat mich da oben gerade übel zerwischt Gut, das Gebiet wäre unser, sehr schön BOMBARDIROVSICH GOTOV KINDER Wir sind die Schmerzen. Bataille! Hallo, du sollst da hochfahren. What? Wow. Oh. Ich bin echt gerade perplex. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I'm the best to go. Yeah. I'm gonna move on. Yeah. We're going to move on. That's right. Yeah. I'm going to move on. Ah, wir holen's, Mann. Ein Scharfschützen. Das Star ist ja richtig nervig. Das ist ja richtig nervig. Und holen uns einen billigen Infanterie-Trupp, der wohl da hinten das jetzt mal einnimmt. Äh, ja, mal was anderes. Wo ist er? Hier. Ich kann wissen, was mich hier oben die ganze Zeit adaptiert. Das war's. Wражеские штурмовики in воздуhung. Wражеские штурмовики в воздухе. Wражеские штурмовики в воздухе. Wражеские штурмовики in воздуhung. Wражеские штурмовики в воздухе. Ach Mensch ey, sag wir mal, seid ihr so scheiße dumm und dämmlich den hier zu treffen oder was? Unfassbar. Unfassbar. Die treffen den nicht. Die treffen den einfach nicht. Ist für mich nicht zu verstehen. Also unfassbar. Man kann ja einmal oder zweimal vorbeischießen. Okay. Kann ja mal passieren. Aber das... Wir haben die Flucht in der Luft. Wir brauchen die Flucht. Wir haben die Flucht. Wir haben die Flucht. Keep at крепления. Yes. Atmere jetzt. What's going on? So. Was haben wir denn hier oben? Handposition. Ich habe doch gerade ein Jagdflugzeug losgeschickt, oder? Ein Jäger, äh, Mann. Dacia выполнена. Новая задача. Tone hat. Tone hat. Tone hat. Tone hat. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Hallo, bewegt dich da mal, meine Frösse. Also hier soll irgendwas sein. Okay. Toll, ich bin bereit. Fuss da rein. Wir sind bereit. Okay, ich verstehe nicht, was sie damit meinen mit Offizier. Da ist nichts. Ja, ich verstehe nicht. Keine Ahnung, was sie da meinen mit meinem Offizier. Soll ich das einnehmen? Meinen die das vielleicht? Vielleicht sollte man das dann mal auch richtig schreiben, weil das kann ja kein Mensch erahnen. Versuchen wir es mal. Ja. 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 Wir brauchen die Schreiber! Hier sind die Schreiber! Das ist ja meine Frise. Die Missionsbeschreibung ist mal wieder kranios. Ich denke, da suche ich irgendeine Einheit und was kommt. Und suche mal gar keine Einheit. Also, Missionsbeschreibung, Klasse 6. Da hätte ich mir echt keinen ganzen Stress da sparen. Einfach den Scheiß einnehmen, da wäre Ruhe gewesen. Naja, okay. Wir kriegen ein Flugzeug. Ja, okay. MG Schützendruck, gut. Ja, also die Missionsbeschreibung kannst du echt in die Tonne kippen. Also wirklich, also katastrophal. Wer soll denn bitte... Also, sag doch überall, er nimmt es auch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, die sind gefallen. Ja, ist okay. Gut, wir haben Werkstattpunkte. Gucken wir mal gerade. Ich muss mal gerade was gucken. Da ist gerade was aufgegangen, habe ich gesehen. Ich bin sehr überrascht. Ähm, naja, hier kann man auch nicht nix. Infanterie vielleicht was machen. Das ist alles Verdinge, um mich jetzt nicht gerade brennend aus den Socken hauen. Und wenn das hier, dann hätten wir stärker erhöht Infanterieschaden, ja komm. Das kann man machen. So. Warschauer Aufstand. Das war eben noch nicht da, oder? War das da und ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir als nächstes, würde ich dann sagen, den Warschauer auf. Das war eben noch nicht da, oder? Jetzt muss ich mal im Video gucken, weil. Kriegen wir T-44. Panzer, Panzer, eine Su-100. Panzer, Abwehr, T-4, ja. Okay, Warschauer Aufstand, das klingt richtig krass. Mal schauen, was wir da machen, weil. Wir haben die Russen hier gar nicht angegriffen eigentlich. Bin ich jetzt sehr gespannt. Aber Leute, das war's erstmal von dem Part. Wie es aussieht, müssen wir erst Warschauer Aufstand und dann wird Berlin wohl dann, ist wohl dann das frei. War Warschauer Aufstand, das war eben noch nicht da, oder? Ich hab's echt nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay, aber das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020